Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video beschäftigen wir uns erstens selbstverständlich mit dem Thema Filme und zweitens mit unserer Lieblingsplattform, da wo ihr euch gerade dieses Video anguckt. Ich habe mich gefragt, gibt es hier auf unserer Lieblingsplattform, nämlich YouTube, die Möglichkeit Filme zu kaufen, zu leihen und auch legal kostenlos anzugucken? Ja, lautet die Antwort. Wie das Ganze geht, erfahrt ihr im folgenden Video. Ich wünsche euch viel Spaß. So, dann gucken wir uns doch einmal das Angebot an, welches es hier auf YouTube auf dem Kanal Filme und Shows gibt. Wir haben hier zum einen die Kategorien der Filme, in der sie alle aufgeteilt sind und noch einen Reiter, den wir auswählen können und da kommen dann unsere ganzen Käufe rein. Aktuell habe ich noch nichts gekauft, also widmen wir uns den Kategorien. Was ich persönlich aber schmerzlich vermisse, das möchte ich gleich anführen, ist hier so eine Suche, wo man den Kanal und die ganzen Filme nach Filmnamen oder nach Schauspielern durchsuchen kann. Denn wenn man hier einen speziellen Film sucht, dann kann das Ganze schon recht aufwendig werden, zeitaufwendig. Aktuell gibt es leider noch keine Suche und deswegen wäre das mal so als Anregung gedacht. Wie wir sehen können, sind hier verschiedene Kategorien wie Neuerscheinungen, Bestseller, Angebote der Woche. Da werfen wir auch gleich noch einen Blick drauf, sowie Action und Abenteuer, Neu im Verleih, Komödien etc. Also ihr seht, hier ist eigentlich für jeden Geschmack etwas mit dabei. Dann wollen wir uns mal anhand von Rambo Last Blood hier das Angebot angucken. Starten mal hier und drücken auf Pause, denn die Rechte haben wir ja nicht dazu. Hier startet aktuell der Trailer. Oben rechts habt ihr bei der Desktop-Ansicht oder beim PC die Möglichkeit, den Film auszuleihen oder zu kaufen. Es geht aber auch hier bei dem kleinen Pfeil, kann man draufklicken und dann hier ebenfalls draufklicken. Und schon haben wir unsere Preise. Aktuell kostet der Film 4,99 Euro zum Ausleihen in HD oder zum Kaufen 13,99 Euro. Man kann hier auch einen Gutschein-Code eingeben. Wo man aktuell einen Gutschein herbekommt, weiß ich nicht. Falls ihr was dazu wisst, könnt ihr mir gerne unten was in die Kommentare dazu schreiben. Verglichen habe ich das Ganze mit Amazon. Hier habe ich den Film ebenfalls vorbereitet. Wir können den Film leihen für 4,99 Euro oder kaufen für 13,99 Euro. Das entspricht also demselben Preisangebot oder Preisniveau hier von YouTube. Finde ich cool. Dann können wir mal hier draufklicken, ausleihen und sehen, welche Zahlungsoptionen wir hier zur Verfügung haben. Wir haben einmal Kreditkarte, wir haben MyPaySafeCard oder eben PayPal. Dann ist hier noch der wichtige Hinweis, die Wiedergabe muss innerhalb von 30 Tagen begonnen werden. Ab diesem Zeitpunkt gilt eine Leihdauer von 48 Stunden. Also sagen wir mal, es ist der 1. Januar. Ihr habt dann 30 Tage Zeit, das Video zu starten. Ansonsten verlischt eure Ausleihdauer und innerhalb dieser 30 Tage, wenn ihr den Film mal gestartet habt, habt ihr ab diesem Zeitpunkt 48 Stunden Zeit, euch den Film so oft wie ihr wollt anzugucken. Auch das entspricht so ziemlich dem Angebot von Amazon. So viel also mal hier zu diesem Angebot. Dann wollen wir uns selbstverständlich als alte Schnäppchenjäger mal angucken, was es denn hier für Angebote gibt oder Angebotspreise. Klicken mal drauf und sehen, dass beim Ausleihen hier nichts reduziert wurde. Da macht die Amazon immer wieder so Aktionen mit 99 Cent. Das finde ich richtig cool. Und wir haben hier die Option kaufen für 9,98 Euro in HD. Jo, so viel also mal zum Thema YouTube-Filme. Dann wollte ich euch noch eine Alternative zeigen und zwar hier auf dem Kanal von Netzkino. Könnt ihr euch etwas ältere Filme oder auch Independent-Filme ganz legal angucken. Da hat man sich die Rechte gekauft, um das Ganze online zur Verfügung, zum Streamen herzubringen. Und das finde ich richtig cool, eine richtig tolle Alternative, wenn man mal bei Primenix findet oder eben bei Netflix. Bei uns Männern ist es ja wie bei den Frauen, die stehen vorm vollen Wandschrank und sagen, ich habe nichts anzuziehen. Wir stehen vor unserer vollen Videothek, die wir zu Hause uns jahrelang angehäuft haben und gesammelt haben. Und dann vor unserer Online-Videothek sozusagen und sagen, ich habe nichts zum Angucken. Also so geht es mir immer. Und dann hat man hier eben die Möglichkeit, bei Netzkino sich da Filme anzugucken. Wir haben auch richtig tolle Schauspieler hier mit an Start. Also Dolph Lundgren, Daniel Craig, Terrence Hill-Filme, ihr seht es. Sogar Jason Statham ist hier mit dabei und auch Christian Slater. Und anhand der beliebtesten Filme wollte ich euch hier zeigen, Sexgeflüster. Das habe ich in einem neuen Tab vorbereitet, dass man das Ganze auch in Full HD sich angucken kann. Das ist doch richtig toll. Was ebenfalls toll ist, dass hier der Kanal so aufgebaut ist, dass ihr eben hier die Suche habt. Und hier könnt ihr dann einen Filmnamen oder Schauspieler eingeben und gucken, ob der hier auf dem Kanal vertreten ist. Und deswegen finde ich das schon eine recht interessante Alternative. Soviel also zu dem Thema, wie man sich auf YouTube legal Filme ausleihen und kaufen kann und auch kostenlos angucken kann. Selbstverständlich habe ich das Ganze auch auf dem Handy getestet. Und da funktioniert es genauso wie am PC oder Laptop. Allerdings haben wir auch hier leider keine Suche. Die Filme sind ebenfalls aufgeteilt nach den jeweiligen Kategorien. Und wenn man da drauf klickt, dann funktioniert der Prozess ganz genauso wie am PC oder Laptop. Man kann auswählen, ob man das Ganze kaufen oder leihen möchte. Und schon hat man den Film dann auf seinem Handy. Selbstverständlich habe ich das Ganze auch am TV ausprobiert, da über die YouTube App. Allerdings ist mir auch da aufgefallen, dass es erstens keine Suche gibt. Und zweitens, leider kann man sich da nur die Trailer angucken. Also da hat man aktuell noch nicht die Möglichkeit, sich die Filme auszuleihen oder zu kaufen. Aber es besteht ja die Möglichkeit, über das Handy das Bild auf den Fernseher zu übertragen. Oder ihr macht es ein bisschen komplizierter und steckt einfach ein HDMI-Kabel an euren Laptop oder an euren PC und überträgt so das Signal an den Fernseher. Das also zum Thema YouTube Filme legal gucken, streamen und auch kostenlos angucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, falls es noch nicht passiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin und Servus.